hallo fotofreunde in dieser tollen location habe ich einen sitzpartner auf meiner couch und wer das ist das wird er gleich selber sagen es wird der gast von unserem nächsten frame club im februar sein ja jetzt habe ich auch genug geteased es ist der martin der zu meiner linken oder rechten je nachdem von wo man guckt sitzt und das ja gerne spontan machen möchten wir euch natürlich locken zum nächsten frame club zu kommen martin du hast jetzt genau eine minute zeit unsere zuschauer ein bisschen zu locken warum sie uns beide auf der gelben couch sitzen besuchen sollten es gibt natürlich neben den bildern die ich gemacht habe in porträt und people fotograf gibt es natürlich auch zu jedem bild auch sehr viele geschichten natürlich auch die hintergrund geschichten wie ich zur fotografie gekommen bin warum ich überhaupt fotografiere und dass fotografie eigentlich überhaupt kein wunsch beruf war aber trotzdem mein leben momentan ausfüllt und bin lumix ambassador seit 2018 fotografiere ausschließlich mit lumix kameras und da werde ich auch ein bisschen darüber berichten über die erfahrungen und was ich damit alles gemacht habe ich glaube da bist du ich habe jetzt extra mal nicht auf die uhr gekommen ja genau gut in der zeit wenn die zuschauer oder unsere gäste vom frame club jetzt schon ein bisschen bock bekommen haben wo könnten sie im internet dann mal ein paar bilder und bearbeiten von dir finden gut es ist www martin dürr.com und natürlich die aktuellsten arbeiten und stories auf instagram auch das ist martin dürr photography liebe frame club gäste wenn ihr bock bekommen habt bitte schaut euch mal die arbeiten von martin an die sind große klasse und ich glaube wir haben jetzt gerade schon mal so ein bisschen geschwatzt das wird ein ganz kurzweiliger abend wir hätten das video bald schon nicht produziert weil wir wirklich so in die schönste nebensache der welt die fotografie eingestiegen sind wir freuen uns auf euch wenn ihr dann im februar unsere gäste beim film club seit bis dahin ich freue mich auf dich bis dann